So, dann kommt es zurück zu der Terraria. Ich habe mich beschlossen, dieses Höhlenkonstrukt aufzunehmen. Es scheint doch länger zu sein, als es überhaupt geht. Es scheint aber auch nur so. Vielleicht treffen wir dann noch sehr viele Ärzte zum Abbau und das wäre auch übelst lit. Aber es scheint so zu sein. Doch, das scheint eine richtig krasse Höhle zu sein. Und ich hoffe immer noch darauf, dass wir... Ich hoffe gar nichts. Ich hoffe gar nichts. Wisst ihr was? Wir machen eine Farming-Folge. Ihr kennt es ja schon. Ja, verleckt mich doch. Ihr seht jetzt sogar mal ein Ladescreen. So sieht das ja mal aus, wer es nicht kennt von Terraria. Kann es jetzt natürlich nur um Jahre handeln. Ich nutze es ja etwas verkehren. Eigentlich wollte ich nämlich in dieser Folge... Äh, eigentlich wollte ich mir in dieser Folge jetzt, sage ich mal, ähm, diese schöne Höhle machen. Ja, danach habe ich mir eigentlich gehofft, Herzkontille zu finden. Wir nehmen die nächste Höhle, kommen nach Hause, bauen uns eine schöne Rüstung aus. Und das erste, was in den ersten 34 Sekunden passiert, wir klatschen auf den Boden auf. Rrrr, Mr. Pizza. Ja, so ungefähr. Ach, Mann, oh... Ach, das kotzt mich an, Alter. Ich wollte es chillig haben. Och, Mann, oh... Ich habe mir sogar extra aufgeschrieben... Ich habe mir die ganzen Sachen, die ich euch gerade gesagt habe, sogar aufgeschrieben. Weil ich das immer mache, vor Notizen. Och, Mann, ich bin gerade irgendwie richtig mad. Boah, wartet mal. Ja, jetzt lass uns da drauf, bitte. Wir farm jetzt... Keine Ahnung, was es gibt. Vielleicht gibt es Platon, vielleicht gibt es Gold. Einfach nur straight in hier, Geister eigentlich. Ich kann den Namen nicht sehen. Andrew. Supply nehme ich auf jeden Fall mit, was ist das? Zinn nehme ich auch mal mit, wer weiß, vielleicht muss er gebrauchen. Ach, scheiße. Silber gibt es hier auch. Das heißt, es gibt hier kein Gold, sondern Platin. Also nicht wundern, wenn ich dann eine Platinrüstung habe. Denkt euch einfach, es ist Gold. Ach, Mann, oh... Mann, ich wollte das jetzt voll schön haben, wisst ihr? Das kotzt mich gerade voll an, ne? Also ihr wisst gar nicht, wie mir das gerade ankotzt, ne? Das fickt gerade mein Leben. Und dieses scheiß Drexgeräusch, dieser Drexbohrer. Ach, das kotzt mich so krass an, ey. Ihr wisst nicht, wie mir das gerade ankotzt. Egal, da wird es halt eine schöne Farming vor. Ich hoffe, da hat er gegen nichts. Lebenskristallisier. Hier ist ein bisschen Zinn. Hier drüben sind Erze. Das ist, ich kann es nicht erkennen. Nur Blei nehme ich aber mit, kann ich immer gebrauchen. Dann haben wir hier die Erze. Also wir haben hier Blei. Soll ich das Platin dazunehmen? Silber. Ey, das ist so kotznervig, ey. Ob Sie hier, mache ich auch mal weg. Einfach nur straight runter, bitte. Oh Leute, rausgeklappt. Na gut, das passiert mir auch öfters mal. Wer es nicht kennt von mir. Na komm schon. Ich fack den Link da mit, ey. Und hier auch. Los geht's, bitte. Ich will fertig werden. Mann, ich hoffe einfach, ist es Gold? Doch, es gibt Gold. Brauche ich keinen Platin, ist ja super. Geil, okay. Dann hat's ja meine Sorge erledigt, dass hier nicht alles dann so die Reihe nachgeht. Das ist doch gut. Ey, ich glaube, hier wird einfach nur andauernd dieses scheiß Cracks Geräusche. Und ich kann das selber nicht mal leiden. Hey, das ist voll chillig. Es gibt einfach Golderz. Das ist gut. Rubine brauche ich nicht. Ich nehme es aber trotzdem mit. Aber keine Sorge, die Farming-Folgen leiern sich auch schnell aus, weil dann ist man so okay, dass man selber farmen kann. Deswegen, also richtig schnell farmen kann, dass auch man die Folge reinbringen könnte. Deswegen, also nicht wundern, es wird nicht lange dauern. Wer die Farming-Folgen ja nicht mag, kann sie ja auch wegdrücken. Jeder, man kann es ja auch sich merken. Und außerdem kündige ich es ja meistens an. Und ich verlinke es ja auch immer am Ende der Folge. Am Ende der Folge seht ihr ja immer, wohin ihr klicken könnt. Da müsst ihr euch das auch schon auffallen, daran. Deswegen, macht euch darüber nicht so viele Gedanken. Wenn die Farming-Folgen nicht mag, kann sie auch wegdrücken. Ihr wisst ja. Und wenn nicht, dann, ja, lasst es halt. Oder ihr schreibt, dass ihr es nicht wollt. Das könntet ihr auch tun. Dann lasst ich es ja auch. Sie macht es dir aus der Fliege jetzt kein Elefanten, bitte. Wo ihr recht habt, ja recht, das wisst ihr. Ich habe jetzt auch Hunger. Und ich mache jetzt was zu essen. Jungs, ich bin raus. Machen wir am besten einfach weiter, ehe die Sachen verrückt haltet. Oh, da ist die Falle. Was ist denn das für ein Bild? Fremdenführer-Picasso. Alles klar. Ah, Leute, kann ich mir diesen Webstuhl direkt mitnehmen oder wollen wir den selber craften? Ich will den nicht craften, das bringt uns ja gar nichts. Na, komm schon. Doch, ich weiß wieso. Ich habe doch, ähm, ich habe doch, ähm, in, äh, pass auf, jetzt fragt mich für sich, was ich jetzt meine. Ähm, ich habe doch unser Haus ausgebaut auf unserer Map, ne, das wisst ihr ja. Und da habe ich mich doch gewundert, wieso der Waffenhändler bei uns schon ist, oder? Denn ich habe unser Haus mit diesem Charakter ausgebaut, damit es halt schneller geht wie den Drex und so, wisst ihr? Ich glaube, ihr habt dagegen ja eh nichts. Und da, deswegen habe ich das gemacht. Und da ich ja da diesen, äh, WDMG-Dämonenstab, also diese Waffe halt, ne, kam der Typ. Ah, ich glaube, deswegen, also wenn, wenn nicht, dann schreibt mir in die Kommentare, was da sonst sein könnte, ob es ein Wack ist oder nicht. Aber ich glaube, bis daran liegt das. Also ich kann es mir vorstellen, dass es daran liegt, was anderes halt nicht. Weil wir haben keine Schusswaffe bisher noch. Also korrigiert mich, wenn ich richtig liege, wenn ich nicht, dann, ja, schreibt mir bitte die richtig, dem das richtige Dienst, äh, das richtige Dienst. Dann die richtige Antwort in die Kommentare. Ich werde euch sehr verbunden. Aber ja, egal. Äh, 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 ich komme nicht durch. Ah, ich komme durch. Es gibt's ja drin. Kann ich gebrauchen. Ich lobe mich. Wie viel Blei haben wir eigentlich? Oh, genug. Okay. Ja, ja. Ich glaube auch, übrigens, dann haben wir genug. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Sonst könnte man sagen, ich bin zu okay. Ich bin zu, ich bin zu, ich bin zu. Ah, da ist die Hülle. Okay, dann reicht es. Ich lösche die K-Welt gleich. Na komm schon, wir müssen nur noch draufs fahren, das ist doch alles, was zählt. Ja, ich bin blöd. Hä? Na ja, ich kann mir übrigens Superhydrein-Clickings machen. Ne? Aber ich will eigentlich das jetzt hier noch machen. Wobei, das können wir auch in der Folge machen. Sagen wir, ich lege diese ganzen Sachen noch hier mal hier rein. Den liebsten platziere ich. So. Oh. Ähm. Da. Das können wir noch reinlegen. Und, äh, fackeln. Ich denke, ich habe nichts dagegen, wenn ich das tue. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gucke mal gerade auf die Minute, äh, auf die Aufnahme. Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Macht's gut, oder? Ja, ihr seht schon, ich war auch hier noch ein bisschen erkundet. Nur mal rumgeflogen, was hier so in der Nähe ist. Aber ich habe nicht, ich habe nicht gespoilt, versprochen. War nur in der Luft. Also. Darm hoch, runter, wie auch immer, Kritiken wie Kommentare, ist eure Sache. Haut rein. Oh, die wollen das Haus noch aus. Soll ich das noch ausbauen? Nee. Nein, wir beenden den Part. Haut rein. Juhu. Ui. Hihihi. Tada.